Wasser, ein natürliches Element der Erde. Doch für die Nutzung durch den Menschen bedeutet natürlich nicht auch rein. Die Firma Weil in Osnabrück hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit neuesten Technologien Natürliches in reines Wasser zu wandeln. Weil-Produkte sind weltweit gefragt. Da läuft die tägliche Fertigung auf Hochtouren und das mit größter Sorgfalt in allen Arbeitsabläufen. Ein Glas reines Wasser aus dem Weil-Wasseraufbereiter. Schon nach dem ersten Schluck weiß jeder, dass Wasser auch richtig gut schmecken kann. Intensive Laborarbeit ist Voraussetzung für optimale Ergebnisse. Über 20 Jahre erfolgreiche Wasserforschung bestätigen dies. Bevor das reine nach Weil-Prinzipien gefilterte Wasser aus dem Hahn der unter der Marke Rova erhältlichen Trinkwasseranlagen laufen konnte, mussten diese erst einmal in allen Einzelheiten durchdacht und konzipiert sein. Es waren denn lange Experimentierreihen nötig, bis sie in die Produktion gehen konnten. In den TÜV-zertifizierten Fertigungsabläufen entsteht Schritt für Schritt ein langlebiger Rova-Wasseraufbereiter. Hochmotivierte Techniker arbeiten Hand in Hand zusammen. So ist denn schließlich ein Qualitätsprodukt reinsten Wassers entstanden. Sichtbarer Beweis einer konsequenten Firmenphilosophie. Die Anforderungen an das Trinkwasser sind zwar gesetzlich geregelt und es gibt für eine Vielzahl von Stoffen Grenzwerte. Aber warum soll man das Wasser nicht verbessern oder veredeln? Wir möchten Ihnen das Gefühl geben, dass Sie bei jedem Schluck Wasser den Luxus verspüren, direkt an der Quelle zu sitzen. Alle Mitarbeiter bilden sich regelmäßig in firmeninternen Seminaren weiter. Und da hat er auch als Hochschullehrer tätige Firmenchef immer etwas Spannendes zu berichten. Formschön, praktisch und funktionell. Die Rova-Trinkwasseraufbereiter für Haushalt und Büro produzieren das, was sie sollen. Ein wohlschmeckendes und gesundes Wasser. Ja, ich benutze das Osmose-Umkehrwasser seit über 20 Jahren und ich stelle das fest, dass sie eine starke Tendenz zur Entschlagung haben. Und ich empfehle, besonders bei Patienten mit hoher Blutung. Für mehr Gesundheit und Wellness. Erreichbare Ziele mit Produkten von Weil. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020